Es gibt ein Ritual im sibirischen Bereich, es geht auch um Thema Schutz heutzutage und das Thema wird immer aktueller und jeder möchte natürlich mehr Schutz haben. Es gibt ganz, ganz einfaches Ritual, was man in Sibirien macht seit hunderten von Jahren und zwar das ist Schutzritual für dich und dein Geld, also für deine Absicherung am Endeffekt. Aber auch für die Liebe ist das gleiche Ritual zu empfehlen. Du nimmst einfach eine Sicherheitsnadel und zwar diese Sicherheitsnadel und zwölf kleine Perlen mit Loch. Diese Perlen, die fädelt man einfach da drauf, auf Sicherheitsnadel und das ist Schutz für deine Finanzen, dass man befestigt einfach mal fertige Nadel dann an einem Kleiderstück oder legt auf ein Foto von sich selbst, von dem Klienten. Einige Magier machen sogar mehrere solche Sicherheitsnädelchen, also 30, 40 und machen ein Armband daraus. Also die werden dann einfach mal miteinander verknüpft.